ARD Text im Auftrag von Funk Wenn man vier Leute umbringen kann, kann ich das auch alleine, glaube ich. Das ist eine Lüge. Du verlierst. Ich weiß genau, dass du auf mich angelesen bist. Angelesen. Ach, halt's Maul. Du bist noch nicht wegen deinen deutschen Pinsten. Kommst du jetzt rein, Pascal, oder nicht? Ich versuch gerade. Ich bin ja auch einfach so beim Zugucken jetzt zum Beispiel. Das müsste bei dir eigentlich auch möglich sein. Ja, bist du sicher? Ja, ja. Bist du sicher, dass du Kleine Pimmel hast? Glückwunsch. Wir schauen jetzt einfach den Rest des Tages Kevin zu. Okay. Ich mach mal so einen schönen Filter drauf. Mach den Breaking News Filter drauf. Breaking News Filter. Wo sollen wir den denn? Da. Weasel News. Der Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßendarm. Jetzt ist es weg. Oh Gott, ich steck mit dir unter einer Decke Kevin. Ah, ich kann jetzt zuschauen. Na? Kannst du wieder mitspielen, René? Ja, na? Ja. Ja. Wie viel Runde du umgebracht hast. Wer auch logisch nicht wieder mitspielen könnte. Ja, kannst du. Kannst du? Das kann man doch bei COD auch immer nach jeder Runde wieder. Das. Jetzt muss immer nur einer überleben. Ey, ich kann auch mitspielen. Das ist nice. Man könnte fast weinen. Bei dem Spiel funktioniert mal irgendwas. Oh, ich hab die irgendwie auch mit... ... die Volksisten da liegen. Lasst mich nicht allein. Ich hab Angst. Schaut dir die Gegner aus. Aua. Kommt die auch irgendwann mit so dicken Sachen so? Panzer oder so? Ja, wir müssen uns irgendwo verschanzen. Wir können ja schon hier. Wenn die Juggernauts kommen. Die Juggernauts, ey. Ich krieg dich nicht für den Juggernauts an. Ich bin hier oben auf. Alter, ich krieg hier grad übelst aufs Maul, weil ich irgendwo festhänge. Oh Gott, der steht direkt vor mir. Alter, ich muss laufen. Lauf, 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 lauf. Ich bin hier oben auf dem Dach. Gut, dass die alle Health-Packs weggesnackt haben. Ich bin hier nicht weggehauen, ey. Richtig gut geschminkt. Ich bin ultra tot, ey. Der knackert. Nein, halt zum Aul. Ich kämpfe wie ein Verrückter, ey. Oh, scheiß. Oh. Oh, Alter, der hat mich mit Fruppern weggesnackt. Oh, Mann. Oh, Leute, sind beide tot? Oh Gott. Mit einem Schuss weggesnackt, ey. Ich glaube, das kreisnackt. Alles von dir ab. Oh, das macht der. Oh Gott, ich wollte mich da hinten weg. Oh, das kreis hat. Oh, da kommt ein Auto. Er hat nur eine Pistole. Du? Ja, ich hab nen Uzi. Ja, du solltest dich ranhalten. Oh, die haben meinen Truck. Warum haben die meinen Truck? Das legt den weg, Alter. Das legt den weg. Alter, wie viele da kommen. Ah, da kommen auch einige von hinten, ey. Die ficken mich gleich richtig schön durch. Ja, klapp auf. Alter, da kommt voll der riesen Haufen. Leute von hinten. Das war's. Wir sind zu dumm für Überlebenskampf. Normal, normal. Noch mal Überlebenskampf? Mhm. Kann das wiederholen? Ja, ne? Nö, fast nichts wiederholen. Toll. Bestes Spiel der anderen Zeiten. Haben die Spieler halt davon, wenn sie da reinziehen. Doch, da unten ist doch wiederholen. Nee, fast nicht. Achso, das meinst du? Ja, hier geht's wiederholen natürlich. Vielleicht haben wir auch was anderes Schönes. Was sind Kräne? Äh, Jagd, äh, bei dem Mensch gegen Naturgebla. Keine Ahnung, was ist das? Achso. Das ist LTS. War das nicht Last Team Standing? Ja, ne? Ja. Oh ja. Aber wir sind ein Team. Das andere sind alles Fallschirmsprünge. Das andere sind alles Fallschirmsprünge. Okay, ich bin für Wiederholung. Och, Mölemösenpilz. Achtung. Wie da unten einfach nur Achtung steht. Obacht. Obacht! Euer Charakterer wird gelösteret. This is no Scherz. Oh, da tritt noch jemand bei. Er ist mal stark. Ich mach erstmal das schöne Radio an. Mach erstmal hier Wix FM an. Da kommen die ganze Zeit nur Farbgeräusche. Guck mal, da steht mein Auto mitten auf dem Erlebenskampf. Echt? In dem Bild gerade, in der Mitte. Jetzt verblörende sieht man sich. Man müsste sich so ein kleines Ford aus Autos bauen. Und sich da drin verbarrikadieren. Ja, genau. Einmal ziehst du alles in den Dreck, was ich sage. Eier, und? Ich überlege, ob ich wieder hoch auf den Turm kletter. Trinkt nicht viel, glaub ich. Ja, bis ich da hochgeklettert bin, ist die Runde wahrscheinlich schon vorbei. Aber ich bin auch ziemlich scheiße im Schießen. Kann man nicht anders sagen. Kannst du eigentlich, ey. Kacken kann ich besonders gut. Rechtspistole aufgesammelt, die ist gut geil. Wie man einfach 200 Dollar verliert, wenn man dieses Spiel startet. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir haben schon für drei Wellen, haben wir gerade mal, haben wir schon 1200 gekriegt. Wie viel kriegt man denn bei Welle 50? Achso, Welle 50 also. Komm, wer ist gar nicht hin? Er ist sicher. Aua. Aua. Wir brauchen einfach nur eine gute Posey. Ja, das stimmt echt. Aber hier ist irgendwie gar keine gute Camper-Posey. Man darf nur nicht immer direkt vor dir stehen, weil wenn die die Schrotflinte haben, dann müssen wir den Einschuss weg. Richtiger Dick. Weggesnaggelt haben die einen dann. Mal wieder aufs Dach, glaub ich. Auf jeden Fall schlucken die nicht viel, ne? Nö, einen Headshot und dann... Hallo, hallo. Schrotze. Wir müssen einfach nur zusammenbleiben, dann haben die eigentlich keine Chance. Das ist wie bei der Mission gewesen, dann. Alter! Wie kommen denn da plötzlich jetzt so viele her? Ihr bist nur auf das Dach gekommen. Der hat gerade gesagt, put your hands up. War aufgeschprungen. Ne. Ach, hier vorne, oder was? Ja, also ich bin von daher... Ja, da bin ich nicht hochgekommen. Alter! Klasse. Aber diese Effektspistole ist übrigens geil, Alter. Da sind über zwei Schüssen down. Ist das nicht mit jeder Pistole so? Was? Und ein bisschen Hochzähne im Kopf. Ja. Aber mit der AP ist die gerade mega schnell tot, ey. Ja. Ja. Boah, harter Schnitt, ey. Ja. Was sagt Blade dazu? Guck mal hier, guck mal hier! So sieht's nämlich aus. Ich bin der Beste. Bis du dann gleich wieder stirbst. Gar nicht. Ist ja nicht so, dass ich gleich wieder dieses Haus hier runterfalle oder so. Ausgeschlossen. Warum willst du denn da hoch? Dass du mit der MP doch gar keine Reichweite. Ich hab auch einen Sniper. Hä? Die MP hat eigentlich genug Reichweite. Ach, ist doch voll scheiße hier. Juhu! Kuhu! Aua! Da muss mir eine Karte angezeigt werden. Voll nett. Ja, Spasti, hier unten. Put your weapons down! Was ist das denn da für einer? Ja, hallo. Oh, ihr bist verreist. Aua, wo kommt die denn her? Die haben mich einfach angeschossen, Mama. Oh, oh. Wo ist denn Kevin? Oh, den seh ich gar nicht. Da ist er. Der wartet einfach immer nach, ne? Jo. Bis ich dann tot bin. Oh, oh. Ist vorhin hinter mir. Er stellt sich erstmal den Weg. Weißkalt. Schwarz, hoffentlich ist das nicht schlecht, den ich nie erschossen hab. Das ist absolut rassistisch, gell? Hm. Oh Gott. Da hinten vom Kiesberg. Aua. Vielleicht nur noch das Dach hier raufkommt. Voll schwer. Ja, Leute hier, wo sind die Juggernauts, ey? Die hier mit Hubschraubern abgelassen werden. In der zweiten Welle kommen ja noch gar keine Autos. Nee, bei der dritten kam die erst. Ein Typ ist da noch. Wo ist der Vogel? Zwischen den Containern damit. Wenn man da hingeht, sofort einen mit dem Schrocken. Aua, aua. Aua, aua. Ja, ich hab ihn gesehen. Nice. Da oben sind's Quelle auf dem Dach. Guck mal, wie gut ich bin. Juhu. Ja, das war Glück. Dass die Power gar nicht regeneriert wird, ne? Ist doch nett. Erstmal so ein Regeneration. Deswegen. Gesundheit aufgesammelt. Oft slabern, ey. Hör mal auf zu slabern. Sauer. Sauer. Slabern, marbern. Wiese. Au, jetzt geht's los, ey. Jetzt kommen wir heute wieder. Zwei. Ist irgendwie keine gute Deckung, ey. Nee. Nirgendwo ist gute Deckung. Diese MG, ne? Die ist verbett. Du hast eine MG, verdammte Scheiße. Ja. Aua, die schießen mir voll in meinen Fuß. Aua, jetzt bin ich vom Dach runtergefallen. Das ist aber nicht so. Alter Junge, wo kommt der denn her? Der wurde gar nicht angezeigt. Das war jetzt aber nicht so nett. Oh, René, du bist richtig produktiv, ey. Der hat mich voll weggeschrotzt. Das ist voll schlimm gewesen. Voll traurig. Das ist jetzt auch ne Schroplinte. Kevin hat da eigentlich nur ne relativ gute Pose, weil da kann... ...keiner von hinten kommen. Ich kann von jeder Seite sehen, oh Gott, da kommt ein Krankheim mit der Schroplinte. Der hat mich auch weggesnackt. Ja, Kevin, ey, mach sie fertig. Los, ey, zeig ihnen mal, was ein Mann ist. Ein Mann. Achso, wie die dicke MG. Alter Schwede. Die hätte ich aber auch ganz gern. Warum stimmt denn nicht? Das ist ein Tank. Aua! Eine Stunde an diesen einen scheiß Stein da dran. Gib dem Ding deinen Kopf los. Da ist die Qualle. Ich hab dich gerade geladen und dann bist du gestorben. Können wir doch nicht alleine stehen lassen, ey. Du machst das schon. Wir schaffen echt nur eine Runde 3, Mann. Wie scheiße wir sind. Nein, da ist noch ein Typ. Kevin, bring ihn um, bring ihn um, Kevin. Oh ja. Ey, von was bin ich denn so schnell umgebracht? Einfach nur so. Ach, 20. Die sind echt gut. Ey, deine Waffe ist voll überpowert, ey. Und wir haben keine. Dann sucht ihr euch eine. Da hinten gibt's nen Raketenwerfer. Oh ja, ich hab ne Tar. Ich hab ne Panzerfaust. Alter, ne Panzerfaust. Ein Carina. Ein Cabarina. Ein Cabarina. Und ein Kampfgewehr. Ah. Ich hab ja ein Cabarina. Alter, hier ist noch ein Kampfgewehr. Was eigentlich ne Tar ist. Kann man sich einfach diesen Truck nehmen und dann mit Leuten platt fahren? Nee, da kann man nicht reinsteigen. Nee, da kann man nicht reinsteigen. Echt nicht? Kann man nicht? Nein, man kann gar nicht einsteigen, glaub ich. Ach, schau, sonst hätte man sich so ne geile Deckung schaffen können. Ich brauch Power, sonst sterb ich gleich. Wenn die reinfahren, ist es unklug. Ey, hinten an der Ecke ist eigentlich ganz gut. Hier ist man ganz sicher eigentlich. Echt und was ist, wenn von hinten ein Auto kommt? Die fahren ja nicht durch den Zaun. Da kommt ein Hubschrauber. Mach schon mal die Panzerfaust bereit. Also sind wir da Panzerfaust abzuknallen. Ich hab keine Panzerfaust. Ich hab eine. Aua. Aua, Aua. Ich bin tot. All wieder genau neben dir stand. Da liegt die Panzerfaust auf dem Boden, René. Ja, ja, ja. Die kann ich gar nicht einsammeln. Warum hast du nicht gesagt, dass das eine stimmt, Alter? Das ist nur Panzerfaust-Munition. Ja, ich hab den gar nicht gesehen. Der muss hinter mir gespawnt sein. Ich hoffe nur, mich greift jetzt keiner von hinten an. Das denk ich mir auch gerade die ganze Zeit. Ich glaub, ich hab den Typen da rausgeschossen. Oh. Oh, von wo? Von wo? Oh Gott. Von rechts, von rechts. Ist das der Hubschrauber selbst, der auf mich schießt? Nein, der ist zu weit weg. Guck, ich seh grad das bei dir auf dem Radar. Geh hinter das Haus. Geh doch hinter das Haus hinter dir. Welches Haus denn? Ja, ich bleib hier in der Ecke, die ist ganz gut. Jetzt kommt der Hubschrauber von links. Alter, wie spawnen die denn da immer die ganze Zeit? Der Hubschrauber ist direkt über dir, ne? Über mir? Nein. Über Kevin. Achso, stimmt. Über Kevin. Was laberst du eigentlich? Da kommt einer. Kommt einer von rechts. Von rechts, von rechts Kevin. Von rechts, von rechts. Von rechts. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up in the air. Alter. Oh Gott, der Heli. Der hat mich kalt gemacht. Auf jeden Fall. Der Heli musste doch mit dem Fahrer rausschießen. Habe ich nicht geschafft. Der fliegt doch voll langsam. Vielleicht habe ich auch der andere fertig gemacht, der jetzt im Zaun war und gesagt, dass ich da meine Hands up putten. Ich habe nur halbe Power. Geil. Da liegt doch Power da vorne. Ne, er sollte jetzt lieber nicht gehen. Guck mal, jetzt. Die Runde ist fast geschafft. Der nur noch der Heli fliegt. Oder ein Typ ist noch da. Nur ein Typ. Kevin hat eine gute Ecke da. Wir sollten in diese Ecke gehen, finde ich. Oh. Okay. So, dann decken wir alle Richtungen ab. Kevin, du geh in Deckung. Oh Gott. Alter Kevin, du hast null Power. Null Power. Kevin. Nein. Der Heli flankiert dich. Was hast du da? Generier doch erstmal Power. Oh Gott, die Musik. Da ist der Heli. Der ist genau im Visier. Schieß auf den Wechsel. Schieß einfach drauf. Hä, bist du gestorben? Nein. Was war denn? Bin nicht gestorben. Aus irgendwelchen Gründen. Okay. Der Heli ist nämlich gecrashed oder so. Oh, lol. Unsere Kevin hat 24, ey. Okay, wir gehen jetzt alle in diese Ecke da. Hier steht der Heli noch. Kann man denn in den einsteigen? Nein, in den Autos kannst du auch nicht einsteigen. Erstmal kann ein Helikopter haben. Der steht da einfach. Wir brauchen Rückendeckung hier. Müssen am besten alle hier passieren. Ey, von Rücken kann doch hier gar nichts kommen. Ja, hatte ich auch gedacht. Ich glaube die Oma auf dem Hügel. Der kam von rechts. Der kam von rechts. Pascal bleibt da am Holz in der Deckung. Kevin nimmt noch irgendwo anders Deckung. Ich geh rein. Ja, René ist ja super, ey. Die kommen alle von rechts da. Ja, und? Da hat mir einer schon richtig einen reingedrückt, ey. Aber ey, wie locker, wie die fertig waren. Hinter uns. Geht halt hier. Ne, das ist ein Auto. Das fährt hier vor. Aber da kommt trotzdem einer. Ich kümmer mich um das Auto. Boah, ich schiesse. Ach ne, ich hab die Panzerfaust leider nicht mehr. Ne, man verliert immer alles. Voll stressig. Oh ja. Man verliert nicht alles. Doch, man stirbt schon. Also man ist seine eigene Sachen nicht, aber alle anderen. Alter, wie die mir aus dem Maul gehen. Ja. Oh, den hab ich ja. Hier gehört. Wie die immer put your hands up schreien. Die sagen auch so put your hands up. Oder manchmal sagen get on the floor. Get your body on the, put your hands up. Da kommt einer raus von der Seite. Ah, okay. Bei Qualle. So. Aua. Irgendwie von hinten. Irgendwie von hinten. Irgendwie von hinten. Irgendwie von hinten. Ne, da kommt ein Auto. Geh mal hinten in die Deckung. Ich bin ganz schön angeschlagen. Könnte ich mir die Heilung da vorne holen? Meinst du, das schaffe ich? So, da kommt ein Auto. Ja, nicht wenn das Auto da gerade kommt, ne. Weg ist er. Ich mach einen Run vor die Heilung. Run vor die Heilung. Ich bin doch keine Powerballonen. Okay, ich mach wieder einen Rückzug vor die Heilung. Oh. Alter, da hinten von Qualle kommen noch einige. Im Zaun oder so. Wie man einfach mal nicht wissen. Der hat eine Schrotze, René. Jetzt hat er gar nichts mehr. So, da hinten beim Auto steht noch einer. Da kommt noch ein Auto, ne. Das sind aber die letzten. 2 Leute. Geronimo! Wo sind die Wichser? Hier sind die. Ey, wie sind die mit dem Wagen denn da hingekommen? Ja, frage mich auch gerade. Das ist ein Zauberer. Alter, wie gut wir sind. Die Ecke war ne gute Idee. Oh man. Deine Waffe ist einfach ein bisschen krass. Tut mir leid. Ist einfach so, ne? Aber es liegt an der Waffe. Natürlich. Woran denn sonst? Wirst du etwa sagen, dass wir schlecht sind? Oh, hier liegt ein Barrett. Ja, da sag ich doch nicht nein. Ja, du bist mal mit. Das ist richtig geil. Na ja, wieder zurück in die Ecke. In die Ecke. Ne, liegen Granaten, die nehm ich mit. Ich hab sowieso ein Scharfschützengewehr. Also das kann ja eigentlich nicht besser sein. Vielleicht die Hubschrauber ist. Ja, kein Scharf das Gewehr. Hubschrauber kann man damit gut abschießen, glaube ich. Oh, wie sie hier angerannt kommen alle. Wie die Wanzen. Das ist Nummer eins.